Und du möchtest jetzt den Experiment machen? Ja, ich wollte nur sagen... Ja, das Experiment soll vorgeführt werden, aber ich möchte noch etwas sagen vorher. Es war eine sehr auspiciere Zeit, weil wir im Jahr mit Martin Fleischmann waren, weil er seine Geschichte ist, weil jetzt ColdFusion ist, und so ist er. So in der US-Navie, ich will Ihnen meine Geschichte, und ich will Ihnen den Buch, das ist StrikeFoundation.Earth, und Sie sehen die Buchung von The Shaman. Das ist die Geschichte von meinem Leben. Part dieser Geschichte ist, das ist eine sehr auspiciere Zeit, und ich bin sehr glücklich für Bob, und in der Sprache. Also, ich will mal kurz zusammenfassen, soweit ich verstanden habe, also er findet dieses Treffen, und er war sehr interessant, begeistert. Er hat erwähnt Fleischmann, ich weiß nicht, war das 83? Nein, genau. Fleischmann in Pons, und ein Buch, was unter dem Titel Der Schamane ist, das ist ein Buch Schamane, und das ist Your Life. Ja. Beschreibt sein Lebensweg, dieses Buch. So, was hat dieses Buch zu tun? Kann man lesen, auf der StrikeFoundation Website? Ja, auf der StrikeFoundation.Earth Website. Okay, und mehr Informationen auf der Website, auf der Seite. Du hast den Namen auf der Seite. Nein, Aber es ist StrikeFoundation.Earth.Earth. Ja, die StrikeFoundation.Earth.Earth.Earth. So, ja, so, uh, my relationship was that, uh, my name is Michael Milch, who is the US Navy, sent me for one week to talk to Martin Fleischmann. Ah, er wurde also von jemand von der US Navy für eine Woche zu Martin Fleischmann geschickt? Als er schon ein gebrochener Mann war. So, so now it comes full circle. Jetzt schließt sich der Kreis. In a week, I sort of promised him that, uh, you know, finish his work. Ich habe ihm damals besprochen, seine Arbeit weiterzuführen und vielleicht zu behandeln. Okay, so, and, uh, those, the information, uh, given, uh, is very important because the project, uh, or the information for society, for humanity, uh, was, uh, crushed. Uh, this, uh, this, uh, uh, and this, uh, knowledge has been known and suppressed from this. You can see it in the Sanskrit text. Even as the French. Okay, uh, but in old Sanskrit texts. All too long before. Yeah, yeah, old Sanskrit texts. Also, ähnlich wie alte Sanskrit-Texte, die auch verschwunden oder unterdrückt worden sind. Und, uh, you can see it, uh, in Ezekiel, in the Bible, chapter 1. Wheels within wheels. Man findet, uh, 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 so. Man findet, uh, die Spuren davon in anderen Kulturen. Als Beispiel hat er erwähnt, uh, Ezekiel aus der Bibel oder Altes Testament in dem Fall. Räder. Räder in Rädern in Rädern. Dasselbe, was, uh, wir vorhin gesehen haben. So, so my thing is the further you go back, the further you can go forward. There's nothing new under the sun. And, uh, so what I wanted to show you is the, the running of this motor now. So that everyone can see the principles. Obviously this motor's been, uh, put together with parts, uh, brought, uh, from America. The main motor that was sent through has just been, uh, uh, hijacked, uh, and is just, uh, sitting in a, uh, 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 without any, um, sign of it moving out of, uh, FedEx's, uh, thing. It's been stuck there now for two weeks. But this, what you'll see now, shows those principles. Those principles, uh, uh, we've done that for eight years. We've put it on, uh, jet engines. We've put it on commercial, uh, industrial motors. And now you see this is just a small thing made up in a day. And we'll run that now. And then after that, uh, you know, there's, we've got, uh, the information that comes from, uh, the test work. That is the test work that's been done, uh, in, uh, uh, America. And also the test work that has been done, uh, in the client has helped us with, has been done in, um, uh, in UK, in London. So we do have the, have had the technology running off, uh, you know, uh, supplying the energy for the motor along with natural gas, which is methane, dry gas. Um, and that, uh, and as I said, my background is I'm a Doctor of Petroleum Geochemistry. I have an oil project. I know the oil industry. And this, uh, technology is the new industrial revolution. The plasmoids and the knowledge of them has been suppressed, as I said, for many years. And sort of, even you'd be surprised when there was a transformation of copper to gold. Uh, people were hung, uh, in the town squares in England because of that. So you're gonna realize it in the... In the... In the Middle Ages. In the Middle Ages, yeah. Also, ich fass mal ganz kurz zusammen. Ähm, fände ich mich also recht im Sinne. Hat einmal gesagt, dass, äh, eine Maschine, die auch schon getestet hat, zusammengebaut worden ist in Amerika, aber dann Probleme gemacht hat, äh, also FedEx, oder Federal, vom FBI, Leute, anscheinend wurden die beschlagnahmt, oder... Oder die UPS, DHL, das steht denn im Lager, FedEx. Ach, FedEx. Nein, gut, FedEx ist auch, äh, ja, also nein, beim Transport verschollen, würde ich dann sagen. Die Maschine ist beim Transport verschollen, äh, das, was wir aber heute sehen, ist halt ein Gerät, was jetzt schnell zusammengebaut worden ist. Ähm, die last thing I said, ähm, er ist selber aus der Petroleumbranche, oder Petrochemist. Ja. Also ein, äh, Erdölchemiker, äh, von seinem Beruf her. Doktor. Doktor, ja. So, and... Okay, okay. So, so now, uh, we'll run the motor. Wir werden die Maschine jetzt angreifen. So, and, uh, yep. And you can see all the information will be on, uh, Strike Foundation Earth, on, uh, HowTube. Auf der Seite, die erwähnt worden, Strike Foundation und Earth, werden alle Informationen und Daten veröffentlicht. Dort können Sie also die wiederfinden. And Alpha Prospects is developing the technology in Thailand. Alpha Prospects is a company. Yes, Alpha Prospects. Ja, eine Firma, die, äh, wird diese Technologie in Thailand weiter vorantreiben. Ja, und, äh, es ist, äh, Strike Energy, doing the projects in, uh, America, Mexico, uh, North, uh, Canada. Okay. North America and South America. Japan, Korea. In Japan, Korea, Süda-Amerika, äh... Entschuldigung. North America, Kanada, Australien. Ist es hier. Äh? Oh, sorry. Oh, sorry. Oh, sorry. Also. Mit... Links. Kannst du was sagen? Ja. In dieser Zeitschrift, nicht so nah, die auf den Büchernicht zu finden ist, ist die ganze Story von ihm mit links alles angegeben. Es ist eine komplette Geschichte. Es ist hier. Es ist hier. Es ist September, Oktober. Dieses Jahr. Okay, gut. Okay. So, das ist es. Ich freue mich sehr, dass Sie Ihre Patience. Aber das war sehr wichtig für mich persönlich. Vielen herzlichen Dank für Ihre Geduld. Es war sehr wichtig für mich persönlich. Äh, ja. Considering, äh, was... The, uh... I think, um, Martin Fleischmann hat gesagt, dass es nur eine 160-Minute-Interview war. He said it was a wasted opportunity. In einem Interview hat Martin Fleischmann damals gesagt, es ist eine vergebene Chance gewesen, also eine verlorene Chance, was Sie damals entdeckt haben und wie die wissenschaftliche Gemeinschaft sie behandelt haben. Ja. So, I'd encourage everyone to support the Martin Fleischmann Memorial Project and Bob Greener, because he's done a lot of research and, uh, it's not for profit and it's not for, it's for the good of humanity. Wir machen weiter. Es geht nicht um den Profit. Es geht, ähm, darum, die Menschheit einen Schritt weiter zu bringen. Wir haben hier neue Chance, um diese Initiative wieder zurückzugewinnen oder wieder in die Hand zu kriegen. Ja. Because, uh, Martin Fleischmann and Cold Fusion was real. Bei die Kalte Version, die Martin Fleischmann und Pons damals entwickelt haben, war real. Und, uh, even NASA calls it now Lattice Confinement. Ja. How do they call it? Lattice Confinement. Okay. Lattice Confinement. So, it's in the, exactly the same as Martin Fleischmann. It's Cold Fusion with a new name. They don't have to admit, Cold Fusion was real. Also, die NASA arbeitet daran, ich kann es selber bestätigen, ich habe lange recherchiert, ich habe, äh, gefunden, äh, Studien von der amerikanischen Armee, und das, was für mich der Beweis war, war, dass einmal wurde Helium detektiert bei den Ergebnissen. Und da, wo Helium rauskommt, und vorher kann es zwar, heißt es, es muss eine Fusion geschehen sein, egal wie ob kalt, lauwarm oder heiß, das interessiert mich gar nicht. Helium was detected. So, ja, I, I, I told I know also from my research that the army has published a study, and we find it on the net, and they find, uh, inside the process of this so-called fusion, Helium. So, when you get Helium, that means that it has to be, yes, a fusion. Because Helium didn't, uh, appears when I cook. Yeah. And when, when you push everything together in this machine, when you push it together, the center pipe is cooler by 200 or 300 degrees, because that needs that heat to push together. Yeah. So it needs that heat to push together. So anyway, we'll start on the motor now. Yeah. So that's part of this process. It's dueling tornadoes. Das ist dasselbe, was in Tornadoes geschieht. Yeah. And, uh, 4, 3, 2 spheres, the same as the radius of the sun, 4, 3, 2. And, 4, 3, 2, the spheres here. 4, 3, 2. 4, 3, 2. Yeah. And I just want to show this before we start. So this is, this is what, this is what we're generating. Right? This is a plasmoid. Das ist ein Plasmoid. Das ist strukturiertes Plasmoid. Okay. Okay. It's, uh, 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 Plasmoid. It's, uh, it's, it's structured Plasmoid. Das ist strukturiertes Plasmoid. Okay. Let's go. Gibt's so was? Zu kaufen? Ja. Also, ich hab auch so Dinge zuhause im Spielwarenladen von Kindern oder in so Zauberläden, die so Tricksachen haben. Toil. Ja, das Ding, das kann man auch zusammendrehen, dann wird es so klein. Ja. Und wenn es hier kommt, dann kann es das Hydrogen holen. Und in diesem Kern, du kochst dich an, ja, da wird Sauerstoff zum Beispiel eingefangen. Die einzige Sache ist, dass in real, das auch dreht. Ja, ja. Und dreht. Und dreht. Ja. Aber es ist eine gute Visualisierung. Oh, fantastisch. Ja. Okay. Und hier ist der 432. Hier ist der 432. Und hier ist der 432, das ist das, was in der Sphäre ist. Sie sehen es da. 2 in Sphäre, 3 in Sphäre, 4 in Sphäre. Die Anzahl von Sekunden in einem Tag ist 86,400. Also diese Folge 864 findet man überall, er hat eben ein paar Beispiele gegeben. Das ist die Höhe, 3 bis 4e, 1,000 oder Sphäre. Die Höhe, 1,000 Kilometer. Also der Durchmesser der Sphäre. Und was heißt es? 1,000 Kilometer. 1,000 Kilometer. 1,000 Kilometer. 1,000. 1,000? 1,000 Kilometer. 1,000. 1,000 Kilometer. 1,000. Die Frequenz der Sonne simuliert wieder. Ja, ich habe es aber trotzdem nicht verstanden. Es ist eine Frequenz der Imprinting-Device. Also die Frequenz der Imprinting-Device. Anyway, so this is part of the technology to run up and see it happen. And so that this is based off the reverse engineering, the sun's process. Gut, es bezieht sich darauf, also die Prozesse, die auf der Sonne geschehen, quasi technologisch nachzuahmen.